Aus Breitenfurt, in der Linie von Wien, aus Österreich, Enzo Haberl, 360 da unten. So rei sich, Paul, dieser jungen Kerl Was sagt ihr so Liste? Der hooper ist auf der Mitte. Basta und aufgrund. Sieg für den Hohen. Ripps-Rotter. Sieg für den Master. Der Hohen kann aufgrund. Er hat sich nur noch eine Hand. Meistens alles in der anderen Seite. Der Stadler kann die Hand an. Der Stadler kann die Hand machen. Und jetzt der zweite und letzte Malik Hamasjöne! Oh! Super! Wieder! Blitz! 360-flip und zwar East! Niklas! Backflip! Double Backflip! Jawoll! Oh! Die nächste Runde, Vicks! Erik Fertko! Aus Deutschland! Ja! 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 Es sind drei Barr Spins drin! Und da ist er noch leer! Ha 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 ha! Oh, 360, WHAT! Drei Barr Spins in der 360 hineinmassiert! Erinnemassiert! Lukas Kraft! Aufgepasst! Ja, noch mein Doppelflick! 720! Und der Pachtest, der Flam ist jetzt! Mr. Macho!